Gestern, als wir hier angekommen sind und die fast 1000 Kilometer voll gemacht haben, habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Mensch, brauche ich vielleicht auch so ein Motorrad? Dadurch, dass mit dem Airbox-Sound die Geräuschkulisse so immens ist, dass sich die Geschwindigkeit deutlich schneller anfühlt, als sie vielleicht de facto ist. Hat mir mega, mega gut gefallen und da macht es dann auch Spaß, wenn man viel schalten muss, wenn man eben nicht ganz so viel Leistung hat, weil man das Gefühl hat, einfach das Motorrad zu fahren und die Leistung so ein bisschen auszuringen. Untertitelung des ZDF, 2020 Tag 2 der Reise nach Bosnien und das Wetter hält, ihr seht, dass die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Im Hintergrund steht hier Aprilia, mit der ich gestern schon gut 400 Kilometer überwunden habe. Überwunden ist vielleicht hier das falsche Wort, denn es hat wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Wir sind ja in München gestartet, dann ein Stück Autobahn Richtung Salzburg und da konnte ich natürlich so ein bisschen diese Langstreckentauglichkeit vom Motorrad testen. Und dann ging es ab Berchtesgaden über Landstraßen hier nach Kärnten. Ich bin jetzt gerade im Stift Gurk. Man sieht das im Hintergrund, ein Teil der Anlage, 1140 gegründet, also super. Alte Geschichte schon, natürlich katholisch geprägt. Und was erinnert mich an die Kirche der Vatikan, da komme ich dann übergangslos zu Aprilia. Eine schwere Herleitung jetzt ein bisschen, aber Aprilia kommt natürlich auch aus Italien wie der Vatikan. Und die Touareg, da steckt der Name schon drin, das ist aber eher so ein Reisemotorrad, was natürlich auch in Afrika eventuell eine gute Figur machen würde. Wir sind jetzt aber hier natürlich auf dem Weg her. Bis jetzt nur Landstraße gefahren, asphaltierte Wege und da macht das Motorrad auch jede Menge Laune auf die Eindrücke. Will ich aber gar noch nicht eingehen, denn erst ein bisschen was zur Technik erzählen. Ihr seht, das Motorrad Reiseenduro mit Offroad-Orientierung typisch hochgebaut. Sitzhöhe 860 Millimeter, der Lenker hoch, der Lenker breit, wie man das eben braucht. Um im Stehen zu fahren. Der Antrieb, der kommt aber auch in einem super sportlichen Motorrad zum Einsatz. Und zwar in der Aprilia RS 660. Da eine völlig andere Konfiguration. Das Motorrad hatte ich ja auch schon hier auf dem Kanal. Da haben wir im Sportler 105 PS und hier in der Variante sind es nur deren 80. Allerdings 70 Newtonmeter Drehmoment. Und die stehen tatsächlich auch schon bei 6500 Umdrehungen an. Und das ist natürlich ein sehr schöner Bereich für die Landstraßen und fürs Landstraßefahren und Kurvenräubern. Ja, Kurvenräubern geht mit diesem Motorrad trotz der sehr Offroad-orientierten Bereifung erstaunlich gut. Ich war echt überrascht, wie viel Freude das Motorrad so wie es hier ist auf der Landstraße bereitet. Denn wir haben natürlich die Ausrichtung auf den Mix-Einsatz ausgerichtet. Fahrwerk Kayaba voll einstellbar. Vorne und hinten 240 Millimeter Federweg. Also da gibt es deutliche Reserven. Ihr seht das auch hier. Der Motor und die Krümmeranlage tatsächlich komplett mit Motorschutzblech. Damit, wenn es über Stock und Stein geht, auch nichts schief geht. Die Fußrasten natürlich entsprechend dimensioniert. Der Schalthebel hier klappbar. Super griffige Fußrasten. Die Gummis lassen sich natürlich, man sieht das hier, das ist auch so ein bisschen rausgegangen. Die Gummis lassen sich natürlich entfernen, dass man im Offroad-Bereich mit den festen Stiefeln noch mehr Halt auf den griffigen Rasten hat. Lange Schwinge für den entsprechenden langen Radstand und maximalen Grip. Auch hinten natürlich entsprechende Offroad-Reifung und die Gesamtkonfiguration eben sehr auf den Offroad-Bereich, beziehungsweise diesen Mix-Betrieb ausgelegt. Was mir sehr gut gefällt, das Motorrad wiegt 204 Kilo, 414 Kilo Zuladung. Das ist natürlich interessant, wenn man damit auf Reisen gehen möchte. Und was mir eben besonders gut gefällt, ist, wie die Gepäcklösung integriert ist. Das Motorrad steht jetzt hier ohne Koffer. Man sieht aber hier die Vorbereitung für das Aprilia-Kofferset und hier auch die Aufnahme. Das lässt sich super easy handeln und sieht natürlich, wenn die Koffer dann abgebaut sind, extrem clean aus. Gefällt mir sehr gut. Und das Gleiche betrifft auch tatsächlich die Ablesbarkeit des Displays. Da gehe ich jetzt hier schon mal ganz kurz drauf ein. Ich hoffe, man sieht das hier so einigermaßen, wenn ich euch das zeige, beziehungsweise ich blende es euch natürlich auch ein. Tagsüber gut ablesbar, nachts tatsächlich sehr hell in meiner Einstellung jetzt gewesen. Hat zwar so einen Dark-Mode, war aber sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Und es gibt natürlich verschiedene Riding-Modes. Wir haben einmal Individuell, den man einstellen kann mit den verschiedenen Parametern. Also Traktionskontrolle haben wir natürlich. Engine-Brake lässt sich einstellen. Das ABS in diesem Fall hier deaktiviert, lässt sich hinten deaktivieren. Es gibt den Individual-Mode eben, dann Explore, das so für, ich sag mal, das normale Reisen ist. Es gibt einen Urban-Mode und einen Offroad-Mode, bei dem ABS hinten und die Traktionskontrolle ausgestellt ist, damit es halt richtig vorwärts geht und falls was durchdreht, die Leistung nicht weggeregelt wird. Also hier auch elektronikseitig das Motorrad sehr gut ausgestattet. Und ja, jetzt geht es heute weiter nach Zagreb. Und die Tour geht ja tatsächlich noch bis nach Bosnien rein. Da kommen noch einige Kilometer dazu. Und da gebe ich euch dann auch unser Fazit. Unser sage ich hier bewusst, denn wir haben ja noch die F900 GS mit dabei. Die fährt ja Jan, beziehungsweise ist Jan gestern gefahren. Heute werde ich auf die F900 starten und damit Richtung Zagreb fahren. Dann werden wir nochmal tauschen. Genau, und dann für beide Motorräder hier einen entsprechenden Fazit-Teil am Ende der Reise machen. Und ja, das seht ihr dann gleich. Große Bosnien-Tour. Und zu den Vorbereitungen zählt natürlich vor allen Dingen die Planung der perfekten Reiseroute mit Kalimoto. Wir haben unsere Tour ganz entspannt von zu Hause am Laptop erarbeitet. Dank der Point of Influence-Funktion in der Kalimoto-App lässt sich der Besuch von Sehenswürdigkeiten oder auch die Suche nach Unterkünften auch spontan unterwegs in der App erledigen. Hierzu ganz einfach die Kalimoto-Suche verwenden, neuen Wegpunkt festlegen und die App erledigt den Rest. Und dank des ausgeklügelten Kalimoto-Kurvenalgorithmus führt natürlich auch die neu geplante Tour über die schönste Strecke zum Ziel. Das Teilen der ganzen Geschichte ist natürlich auch überhaupt gar kein Problem. Einfach Link erstellen und via E-Mail oder über die gängigen Smartphone-Apps mit Freunden, Bekannten oder natürlich den Tourteilnehmenden teilen. Du hast jetzt Interesse die Kalimoto-App mal auszuprobieren? Dann unbedingt über den Link in der Videobeschreibung auf Kalimoto vorbeischauen. Die Entwickler haben mir verraten, dass in den kommenden Wochen und Monaten spannende Updates und neue Funktionen in der App verfügbar sein werden. Also ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir sind angekommen in Bosnien. Knapp 1000 Kilometer stehen auf der Uhr der neuen Aprilia Touareg 660. Das Modell an sich ist zwar nicht mehr ganz neu. Die gibt es ja schon seit 2022, wenn ich mich nicht täusche. Aber das Motorrad, als wir es übernommen haben, hatte gerade mal 250 Kilometer auf dem Tacho. Also wirklich niegelnagelneu an uns übergeben. In dieser Sonderlackierung, beziehungsweise in diesem Aprilia Racing Design, so ein bisschen blau-weiß-rot, hat mir auf Anhieb gut gefallen. Und das Motorrad hat mir jetzt auch auf dem Weg hierher besonders gut gefallen. Wir hatten die unterschiedlichsten Bedingungen. Wir hatten Sonne, so wie jetzt gerade natürlich beim Losfahren. Wir hatten Autobahn, wir hatten Regen, wir hatten ziemlich niedrige Temperaturen und matschige Straßen, guten Asphalt, wirklich Rennstreckenartig bis hin zu Schotter auch. Also es war wirklich das gesamte Spektrum dabei, dass man bei so einem Motorrad gerne unter die Räder nehmen möchte. Und meine Eindrücke sind natürlich ein Teil des Videos. Wir waren aber natürlich zu zweit unterwegs. Deswegen steht Jan neben mir, der ungefähr die Hälfte der Kilometer mit dem Motorrad gefahren hat. Und ich würde sagen, um euch wirklich so einen Überblick über das Motorrad zu geben und die verschiedenen Features, arbeiten wir uns einfach mal um das Motorrad drumherum, alle Aspekte ab, die uns so auf dem Weg aufgefallen sind. Und los geht es für mich ja ganz oft mit dem Thema Ergonomie. Weil das einfach das Erste ist, was einem begegnet, wenn man sich auf das Motorrad draufsetzt. Und an der Stelle übergebe ich einfach das Wort schon mal direkt an dich. Du hast auch das erste Mal die Touareg bewegt. Wie war denn, ich sag mal, das Aufsteigen, das Aufsitzen, was ist dir denn da aufgefallen? Michael, ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt, weil tatsächlich ist es ja der erste Eindruck, den man neben dem Optischen hat. Optisch für mich die Farbkombination schön, die Form bei solchen Enduro-Sachen nicht meins. Aber da sind ja, glaube ich, alle in dem Metier ähnlich, Form follows Function. Aber das Sitzen ist ein ganz essentieller Punkt, weil ich habe Platz genommen und hatte direkt das Gefühl, angekommen zu sein. Das Motorrad gibt einem vom Sitzen ein ganz hervorragendes Gefühl, direkt dabei zu sein. Man sitzt klassischerweise drinnen im Motorrad. Kniewinkel etwas spitzer, wie vielleicht bei anderen Motorrädern dieser Art, aber überhaupt nicht schmerzhaft, störend oder sonst was. Ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl, man kann den Tank gut umschließen, sitzt da schön da. Was ich sehr gelungen finde, ist diese durchgehende Sitzbank, nenne ich es mal, die relativ komfortabel ist, einem aber auch die Möglichkeit gibt, auf der Sitzbank hin und her zu rutschen, um für sich die perfekt passende Sitzform auch zu finden. Also es gibt ein bisschen Spielraum, man ist nicht so eingepresst auf einer Position, sondern kann sich da einfach anpassen. Hat mir super gut gefallen. Genau, also da an der Stelle muss ich auf jeden Fall direkt anschließen. Die Sitzbank ist mir tatsächlich auf der ersten Etappe schon aufgefallen. Wir sind ja in München gestartet, die ersten Kilometer auf der Autobahn Richtung Salzburg-Berchtesgadener Land gefahren. Da sind wir dann runtergefahren. Und da war das wirklich schon extrem angenehm und komfortabel, das, was du angesprochen hast, dass du eben auf der Sitzbank dich bewegen kannst. Das Motorrad, wie es jetzt hier vorne steht, hat ja keine Koffer, aber wir haben ja das komplett onartig, hat noch eine Gepäckrolle hinten drauf. Also da ist wirklich viel Spielraum nach vorne und nach hinten. Und was ich sehr gut gelungen finde, ist tatsächlich der Komfort, die Art und Weise, wie die Sitzbank dämpft. Denn sie ist weder zu hart noch zu weich. Also du kannst wirklich problemlos, am ersten Tag, was sind wir gefahren, 400 Kilometer? 430, ja. 430 Kilometer. 430 Kilometer auf der Sitzbank, überhaupt gar kein Problem. Super angenehm. Da hat nichts gezwickt und nichts getwackt. Man muss dazu sagen, das waren 6,5 Stunden, die wir dann tatsächlich reine Zeit auf dem Motorrad saßen. Also wirklich gut gelungen, die Sitzposition, auch die Gestaltung der Sitzbank. Und das schließt dann nochmal ein bisschen an. Das finde ich auf der Straße und vor allen Dingen auf dieser Autobahnetappe sehr angenehm. Deswegen, der Knieschluss ist sehr schmal. Also man kommt mit den Beinen sehr nah an das Motorrad ran natürlich. Und die Beine sind auch nicht besonders weit geöffnet. Man sitzt da sehr, sehr angenehm drauf. Hat mir gut gefallen. Und das Gleiche betrifft auch quasi die Höhe und die Breite des Lenkers. Windschutz auf der Autobahn natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Also hier kann man wirklich problemlos Strecke machen. Und das geht bei der Aprilia auch dank eines Tempomat, der hier mit dabei ist. Also Autobahnetappe, Komfort, Ergonomie, wirklich von mir, Daumen hoch. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Was man vielleicht dann anmerken muss, ist die stehende Position. Die durften wir jetzt auch ausprobieren. Während der Schottertouren oder wenn es mal so ein bisschen offroadiger wurde, da hast du den schmalen Tank angesprochen. Ich finde grundsätzlich auch im Stehen, man hat eine sehr gute Kontrolle über das Motorrad. Einzig, das ist aber auch eine individuelle Sache, etwas mehr Breite wäre dort im Stehen für mich ganz gut, weil man dann mit den Beinen etwas besser das Motorrad auch kontrollieren kann, einklemmen kann. Aber das ist, glaube ich, dann auch eine Geschmackssache. Grundsätzlich im Stehen auch dort die Ergonomie für mich mit 1,80 Meter sehr, sehr passend. Das heißt, der Lenker auf einer guten Position, dass man locker das Fahrzeug bewegen kann und gleichzeitig die Knie in einer guten Position hat, sich angenehm nach vorne lehnen kann, aber auch, wenn es dann irgendwie bergab geht, nach hinten schieben kann, um mehr Gewicht auf das Hinterrad zu bringen. Genau, also Jan hat das jetzt schon vorgegriffen. Ich hatte erwähnt, wir sind tatsächlich auch in Anführungsstrichen auf nicht asphaltierten, Schrägstrich Offroad-Passagen unterwegs gewesen. Das war auch wirklich extrem unterhaltsam und auch das kann das Motorrad sehr gut. Bevor wir da hinkommen, also wirklich so an diese Fahr-Eindrücke, noch ein bisschen was zur Technik drumherum und der Funktionsweise von Getriebe, Motor etc. Die technischen Daten, die hatte ich ja schon angesprochen. Aber ich muss sagen, dass mir dieser kleine Motor, den ich ja, wie auch schon eingedeutet, aus der RS660 kenne, in dieser Konfiguration auch sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Wir haben nur 80 PS. Ich muss gestehen, ich habe auf der Landstraße jetzt nicht wirklich viel Leistung vermisst und das hat einen speziellen Grund oder mehrere Gründe tatsächlich sogar. Zum einen funktioniert das Triebwerk sehr, sehr homogen in der Leistungsentfaltung und ist wirklich super, ich sage jetzt mal, ausbalanciert. Man hat kaum Vibrationen, also Vibrationen sind eigentlich kein Thema. Das Abstandgasdrehzahl lässt sich der Motor gut dosieren, die Leistung gut abrufen. Das hat mich echt beeindruckt. Gleiches gilt für das Getriebe. Super Schaltbarkeit. Hier in der Variante haben wir eine Blipper-Funktion. Die ist nicht Serie, sondern eigentlich nur ein Quickshifter mit Upshift-Funktion sozusagen. Und ich habe das mit dem Blipper zusätzlich bekommen von Aprilia in diesem Motorrad, habe aber trotzdem sehr auf die Kupplung genutzt, weil ich das einfach gewohnt bin und den Blipper da an der Stelle eigentlich fast nicht vermisst, weil alles sehr leichtgängig ist. Sowohl das Getriebe, das Schalten, die Bedienung, Bedienkraft des Kupplungshepels. Also hat mir mega, mega gut gefallen. Und warum gefällt mir das Aggregat noch so gut? Vor allen Dingen auf der Landstraße, weil man sehr viel mitbekommt, weil es akustisch sehr unterhaltsam ist, das Motorrad zu bewegen. Und da macht es dann auch Spaß, wenn man viel schalten muss, wenn man eben nicht ganz so viel Leistung hat, weil man das Gefühl hat, einfach das Motorrad zu fahren und die Leistung so ein bisschen auszuringen. Das war wirklich extrem unterhaltsam. Du hast das nicht ganz so empfunden, bei dir war das ein bisschen anders. Naja, also grundsätzlich muss ich sagen, der Motor von der ganzen Abstimmung her wunderbar. Super laufruhig, gerade auch in niedrigen Geschwindigkeiten, kaum ein Ruckeln. Das ist auch das, was wir bei der Ergonomie hatten. Man setzt sich rein und fährt los und fühlt sich direkt wohl. Super angenehm zu fahren, Leistungsentfaltung relativ gleichmäßig. Oben raus wird es ein bisschen dünn, aber natürlich die Geräuschkulisse, die Aprilia hier an den Start gebracht hat, ist hervorragend. Es ist nicht sehr laut, wenn man drumherum steht, aber Michel wird bestimmt gleich was zum Thema Airbox und so weiter sagen. Auf dem Motorrad jedenfalls wahrgenommen, eine sehr schöne Klangkulisse, die man auch im Landstraßentempo noch gut wahrnehmen kann, ohne dass es zu laut dröhnt und damit aber auch immer ein direktes akustisches Feedback vom Motor hat. Persönlich muss ich aber sagen, schon etwas dünn die Leistung, wenn es dann auf die Landstraße geht. Als wir zusammen unterwegs waren und es ging ans Überholen eines LKWs, ist es nicht so, dass man im sechsten Gang ganz entspannt da mal kurz draus vorbei beschleunigen kann, sondern, und da kommt natürlich der Quickshifter bzw. der Blipper zugute, doch nochmal zweimal runterschalten muss, um im vierten Gang entsprechend Leistung zu haben, um im hunderter Bereich dann auch zügig an dem Fahrzeug vorbeizufahren, das man da überholen möchte. Aber sonst würde ich mich wiederholen, natürlich trotzdem toll gemacht und für das Gewände und für das, was man auch sonst so braucht, absolut ausreichend und mit einer guten Abstimmung. Absolut. Da muss ich an der Stelle nochmal auf die Route zurückkommen, die wir jetzt hier gefahren sind. Einmal quer durch Österreich, Slowenien, Kroatien und jetzt eben in Bosnien. Und da spielt natürlich die Leistungsentfaltung eine große Rolle, wenn man die Straßen betrachtet, die wir hier genommen haben. Also vieles mehr oder minder Radwege, wie man sie in Deutschland kennt, also von der Breite her, die aber dann teilweise mit schlechter Qualität, Pockennarbig, Bitumenstreifen, der Asphalt wirklich extrem rissig und brüchig, dann teilweise eben auch Offroad-Passagen bzw. Schotter-Passagen, gleiche Radweg-Konfiguration auch mit perfektem Asphalt. Und wenn man hier diese kleinen Sträßchen fährt, hat man natürlich auch sehr, sehr viele Radien, die auseinanderfolgen, sehr, sehr enge Radien. Da ist das mit diesem, ich sag mal krassen Vorbeibeschleunigen gar nicht so ein großes Problem. Auf der Bundesstraße, in Anführungsstrichen, begegnet einem das natürlich. Und hier die Referenz bei Jan, du bist normalerweise S1000R-Fahrer, um das ein bisschen einzuordnen, wenn man halt einfach gewohnt ist, 165 PS zu haben, 165 sind es bei dir. Bei mir sind es 160, ich habe das alte Modell. Altes Modell, 160 PS, da kommt eben das zum Tragen, was du sagst, okay, du kannst einfach auf der Landstraße 6er-Gang mal entspannt aufziehen, da ist immer noch genug Drehmoment da. Obwohl das hier ja tatsächlich sehr früh ansteht, bei 6500 Touren Drehmoment Maximum. Also eigentlich für mich eine gute Geschichte. Und ja, also Motorcharakter, richtig, Leistungssitzhaltung hat mir auf jeden Fall sehr getaugt. Wie würdest du denn so das Fahrverhalten oder die Gesamteindrücke beschreiben, die wir jetzt in diesen letzten für dich 500 und für mich 500 Kilometer auf den unterschiedlichen Strecken erlebt haben? Also ich glaube, wir hatten es ja schon so ein bisschen davon, neben der Ergonomie zieht sich das durch das komplette Motorrad eigentlich durch, nämlich man kommt sofort an. Und das macht dieses Motorrad zu einem absoluten, perfekten, ich nenne es mal Einsteigermodell, ohne es sozusagen reduzieren zu wollen auf niedrige Fahrskills. Aber es ist nicht so, dass man sich da irgendwie erst reingewöhnen muss oder irgendwelche Zickereien hat, sage ich mal, die man ausgleichen muss, sondern für jede Gelegenheit ist, glaube ich, jeder Fahrer und jede Fahrerin direkt willkommen auf diesem Motorrad und kann damit einen sauberen Stiefel fahren. Absolut. Unterstützt wird die ganze Geschichte durch die verschiedenen Riding-Modes, die wir zur Verfügung haben. Wir haben eben diesen Urban Road, wir haben den Explore-Mode, wir haben den Individual-Mode, der einfach frei einstellbar ist, also Engine-Brake einstellbar, Traktionskontrolle einstellbar und haben wir auch genutzt in ausgeprägter Art und Weise, weil wir ja tatsächlich sehr viel Off-Road gefahren sind. Du hast da eine kleine Anmerkung zum Thema Hinterrad, ne? Naja, also du spielst auf das Thema ABS an? Ja, oder übrigens blockierendes Hinterrad beim nicht eingeschalteten ABS, weil im Off-Road-Modus du die Möglichkeit hast, ABS und Traktionskontrolle am Hinterrad auszustellen, damit du eben, wenn du im Hang bist, maximale Traktion bzw. maximale Leistung hast, um eben vorwärts zu kommen und die Traktionskontrolle das nicht wegregelt. Das ist mir aufgefallen mit dem fehlenden oder mit dem ausgeschalteten ABS, sobald man wirklich mal in die Hinterradbremse auch reinlangt, um das Motorrad vielleicht ein bisschen quer zu bewegen oder sonst einfach auch Spaß zu haben, ist es hier so, dass wirklich nur ein minimal kurzes Stillstehen des Hinterrads dazu führt, dass sofort der Motor auch ausgeht. Das heißt, wenn man das Hinterrad wirklich nutzt, um dort auch aktiv zu bremsen, nenne ich es mal, muss man immer die Kupplung ziehen, da ist wenig Spielraum sozusagen, auch mal eine halbe Sekunde vielleicht den Motor damit zu blockieren, ohne dass er direkt ausgeht. Das fand ich etwas störend, ist vielleicht der falsche Begriff, aber auffällig. Das ist mir nicht so besonders aufgefallen, weil ich auch in den Offroad-Passagen vorrangig mit der Vorderradbremse gebremst habe, was auch aufgrund der Bereifung gut funktioniert. Also ich bin da noch nicht so im Enduro-Game angekommen, wie das bei dir der Fall ist. Du bist ja viel leichter Enduro gefahren, eben arbeitend auch mit Hinterradbremse. Die setzt sich tatsächlich nur sehr sporadisch ein. Deswegen von mir an der Stelle keine positive oder negative Bemerkung zum Verhalten an der Hinterhand, sage ich jetzt mal, aber eine positive Bemerkung zur Bereifung. Wir haben hier Pirelli Scorpion STR drauf oder Pirelli Scorpion Street. So eine Mischbereifung, ich würde mal sagen 70-30, 70 Landstraße bzw. Asphalt, 30 Offroad von der Ausrichtung. Und der Reifen hat mir auf dem Motorrad extrem gut getaugt, weil er einfach alle Bereiche abdeckt. Du kannst super zügig damit auf der Landstraße fahren, auch in die Kurve hineinbremsen. Wir haben natürlich hier klassische Enduro, Reise-Enduro-Dimensionen. 21 Zoll Vorderrad, 18 Zoll Hinterrad, 90, 90, 21, 150, 70, 18. Und das ist natürlich anders als ein Naked- oder Superbike zu fahren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, auch Trailbraking auf der Straße mit dieser Bereifung und diesem Motorrad und der Bremsanlage überhaupt gar kein Problem. Auch im Nassen hat mir das gut getaugt. Und auch in den Offroad-Passagen, also Offroad in Anführungsstrichen, bei den Schotterwegen, die wir gefahren sind, hat mir da nichts wirklich gefehlt. Wie hast du es empfunden? Ich kann mich dem nur anschließen. Auf jeden Fall eine super Symbiose von diesem Reifen zu diesem Motorrad. Du hast vorhin bei den Fahrgeschichten eine Sache verpasst oder vergessen. Wir sind auch zwei bis drei Stunden im Tiefdunklen bei niedrigen Temperaturen gefahren. Das heißt, wir hatten Kurven dabei, in denen man einfach nichts sehen konnte. Auch wenn die Scheinwerferanlage wirklich hell ausleuchtet, ist es natürlich in der Serpentine so, dass du da nichts siehst, was gerade dann rechts vor dir irgendwie so ist. Das heißt, es gibt da immer mal Überraschungsmomente, sei es nasse Stellen, sei es Bitumenstellen. Oder Rehwelt auf der Straße. Oder auch Reh, genau, wo es die eine oder andere Gefahrenbremsung auch tatsächlich gab, die du dann auf dem Motorrad vor mir hinlegen musstest, wo du wirklich astrein verzögert hast. Bei niedrigen Temperaturen, bei Nässen, ohne dass da nennenswerte Rutscher da drin gewesen wären. Fürs Gelände natürlich ist es dann ein Kompromiss. Michel, du hast es gesagt, 70-30 die Ausrichtung. Da fand ich, war das Vorderrad oft ein bisschen überfordert, wenn es mal wirklich schotterig wurde, was natürlich in der Natur der Sache dann auch liegt. Hier hatte ich das Gefühl im Vergleich zu anderen Reifen, zu anderen Motorrädern, dass der sehr, sehr sensibel auf kleine Steinchen reagiert. Das heißt, ein bisschen mal untersteuert, sagt man ja. Aber in der Summe natürlich eine tolle Kombination und vor allem das Ganze schon bei niedrigen Temperaturen. 8, 9 Grad waren, glaube ich, die niedrigsten Werte, die wir jetzt hatten, auf lange Strecke. Und man hatte nicht das Gefühl, dass ab einem gewissen Grenzwert der Reifen aufhört zu arbeiten. Kleine Randnotiz an der Stelle, wir sind natürlich mit zwei Motorrädern unterwegs. Das andere, mit dem wir unterwegs sind, ist die BMW F900 GS. Dazu gibt es auch noch ein Video. Wird das nächste nach dem Aprilia-Video sein. Also wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall schon mal ein Abo da lassen. Und warum erwähne ich das an der Stelle? Die hat den Kao 4 drauf. Und den bin ich natürlich dann auch entsprechend in gleicher Intensität unter allen Bedingungen gefahren. Und hier muss ich sagen, für diese Reise-Enduro-Ausrichtung mit Großteil Straße, etwas Schotter, etwas losem Untergrund, hat mir diese Kombination hier einfach besser getaugt, weil er einfach den besseren Kompromiss, den größeren Bereich quasi abdeckt. Fand ich super gut. Einen Punkt muss ich tatsächlich, oder zwei Punkte müssen wir noch ansprechen, das sind Bremse- und Fahrwerk. Bremse für die Straße für mich. Wir haben hier eine Brembo-Axial-Verschraubte Sättel, also klassisches Material für so eine Reise-Enduro. Könnte auf der Straße ein bisschen aggressiver zu Werke gehen. Allerdings ist das natürlich bei so einem Motorrad nicht zielführend, weil ich natürlich, vor allen Dingen, wenn es dann loser Untergrund wird, nicht ganz so aggressives Ansprechverhalten haben möchte. Und im Offroad-Bereich hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Und mein Punkt noch, wie gesagt, zum Fahrwerk ist, wir haben hier einen 240 mm Federweg vorne und hinten. Vor allem im Anfangsbereich etwas weichem Ansprechverhalten taucht schnell ab, sowohl beim Gas geben als auch beim Bremsen, beim Bremseanlegen. Aber auch sonst unter allen Bedingungen wirklich in der Standardkonfiguration, wie gesagt ab Werk, so wie wir das haben. Ich muss da noch ein bisschen mit rumspielen. Wirklich sehr, sehr gut ausplanisiert, hat mir auch getaugt. Und du hast es angedeutet, hier einfach die einsteigerfreundlichere Variante, ohne Berührungsängste haben zu müssen, kann man sich da draufsetzen. Losfahren, hat Spaß, funktioniert unter allen Bedingungen super gut. Und für 12.000 Euro, 11.999 kriegt man hier wirklich ein super Reise-Enduro-Motorrad, das eigentlich für alle Zwecke geeignet ist und unter allen Bedingungen Spaß macht. Ich glaube, das sollte man als Fazit nochmal reinnehmen, mit dem Motor, mit der Soundcharakteristik und diesem Gefühl dort reinzugehen, macht es einfach Spaß. Ich glaube, das ist ja das, was auch am Ende zählt. Die fehlende Leistungpotenzial, die ich vorhin angesprochen habe, wird einfach wettgemacht, dadurch, dass mit dem Airbox-Sound die Geräuschkulisse so immens ist, dass sich die Geschwindigkeit deutlich schneller anfühlt, als sie vielleicht de facto ist. Also gerade im Vergleich zu anderen Motorrädern ist man vielleicht langsamer aus der Kurve, gefühlt ist es aber deutlich schneller. Kurz vor Schluss nochmal der Hinweis auf die Kalimoto-App. Uns hat sowohl die Planung unserer Tour, als auch natürlich besonders die Fahrt mit der Kalimoto-App nach Bosnien immens viel Spaß gemacht. Und ich kann euch nur empfehlen, die App für eure nächste Tour mal auszuprobieren. Also unbedingt über den Link in der Videobeschreibung bei Kalimoto vorbeischauen. Ja, also Spaßfaktor auf jeden Fall hier gegeben. Ich wünsche mir, naja, ne, wünschen ist falsch. Ich habe jetzt tatsächlich gestern, als wir hier angekommen sind und die fast 1000 Kilometer voll gemacht haben, habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Mensch, brauche ich vielleicht auch so ein Motorrad? Und die Aprilia wäre da auf jeden Fall eine Top-Wahl, weil sie halt einfach ein super Kompromiss ist. Bietet Enduro-Offroad-Schotter-Tauglichkeit, ist nicht zu schwer, hat einen 18-Liter-Tank, bietet ordentlich Reichweite, man kann weiter mitfahren. Wir hatten das Kofferset dabei von Aprilia, was auch unter allen Bedingungen eine gute Figur gemacht hat. Kein Tropfen Wasser reingegangen, leicht in der Handhabung, praktisch zusätzlicher Stauraum und ja, das Gesamtkonzept schon so ein bisschen Freude bereitet hat. Vor allen Dingen, wenn man eben solche Touren macht, wie wir das machen, 1300 Kilometer Landstraße, einmal quer durch Europa von Deutschland nach Bosnien. Die optimale Wahl für meine Perspektive. Und wenn ihr euch für so ein Motorrad interessiert und Punkte im Kopf habt, die wir hier vielleicht vergessen haben, ist jetzt natürlich die Gelegenheit, die in den Kommentaren zu adressieren. Wir machen uns entweder schlau oder beantworten es sofort, sofern ich das denn kann. Und ja, Jan, du bist hier mitgefahren, dir gebührt an der Stelle das letzte Wort. Kann ich viel sagen, aufsitzen, nachmachen ist es auf jeden Fall wert, sowohl die Reise als auch dieses Motorrad. Also, schönes Schlusswort. Ihr wisst Bescheid, F900GS-Video kommt in Kürze, also unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Lasst uns gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat und wir werden natürlich noch ein Video zur Bosnien-Reise machen. Also, wenn ihr tatsächlich Eindrücke wollt von unserer Reise, wo wir überall gewesen sind, auch unbedingt Kanal abonnieren, dann seid ihr da dabei. Und bis dahin verabschiede ich mich. Danke dir, Jan und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.